Hi, ho! Okay, ja, mein Hintergrund sieht gerade ein bisschen unordentlich aus. Die zwei Ferkel, das sind Weihnachtsgeschenke von meiner Lieblings-Tante, Tante Bella. Hallo! Da seht ihr mein Abendessen, Festnetzanschluss, Handy, Mikro. So, echt schön, Ersatzhemd für den Sommer und Handtuch, wenn ich so doll schwitze, lasse ich dann im Hintergrund und eine Menge Plüschsachen. Und da seht ihr dann die S-Konsole. Und hier, da ist ein Fotoalbum drin, wo ich mein ganzes Salonprojekt mal festhalten wollte und ein paar Fotos ausdrucken, aber ich habe nicht dazu gekommen. Ich glaube, ein paar Fotos mussten noch, ja, auf jeden Fall, ja, jetzt wisst ihr was im Hintergrund. Und da habt ihr meinen Mülleimer, habt ihr da gesehen, das sind meine Tempos und mein Schweißtuch. Gut. Und iPod. Und Haarreifen. Und Hase. So, Moment, wenn man weiß, was man mit einem unglaublich schlechtes Video gerade am machen ist. Ja. Und was macht das?